Währungen, ein wichtiges Thema, denn sie beeinflussen den Markt, nicht natürlich nur den Aktienmarkt, sondern natürlich auch klar die Commodities, die Waren, die umgesetzt werden, die natürlich bezahlt werden in allen möglichen Währungen, aber vorzüglich im US-Dollar. Deshalb sollten wir uns das Ganze mal genauer angucken, welchen Einfluss haben Währungen und ganz speziell welchen Einfluss hat der US-Dollar auf das Geschehen, was gerade an der Börse stattfindet. Seid also unbedingt mit dabei, wie jeden Mittwochabend, so auch diesmal um 18.30 Uhr in der BNP Paribas Born Akademie. Wir wollen uns natürlich nicht nur mit dem Währungsthema beschäftigen, sondern auch ganz konkret live auf die Märkte schauen. Das heißt, was in dem Moment da gerade passiert, vielleicht können wir da ein bisschen was draus ablesen. Seid also unbedingt mit dabei, www.bornakademie.de. Ich freue mich auf euch. Mal gucken, ob da noch was Wertvolles drin ist.